Pfingst Sonntag, Cala Ratiada, 12 Uhr und hier gibt es das aktuelle Video vom Strand von Sonnmol. Also, Wetter ist grandios, Wetter ist toll, hier geht das ganz entspannt zu. Es gibt ja noch ein paar freie Liegeplätze, die mit nah sind, ansonsten ist der Strand hier gut bestückt. Scheringuito hinten ist auf, die grüne Flagge weht und das, was ihr hier jetzt seht und erkennt, das ist alles sehr, sehr relaxed. So, gibt eine Dusche hier, wenn gefragt werden sollte, gibt eine Toilettenanlage hier, wenn gefragt werden sollte und ansonsten sagen wir beiden jetzt erstmal hier vom Bereich Strand Sonnmol, alles in Ordnung, alles gut, 12 Uhr, ihr könnt kommen.